etw minus 3 ok schon mal nicht schlecht schaden ist eine plus 3 also plus 3 waffe macht die buch gegen verwirrung und bezauberung du trägst auch eine etw 2 waffe ja jeder der den träger trifft erleihe 5 schadenspunkte das macht die waffe ziemlich gut was ist mit der nochmal wenn der gegner von dem schwerk getroffen verdient er einen zügigen trefferpunkt und der träger wird um einen trefferpunkt geheilt so machen wir mal bei dir das gedankenschild an was sorgt eigentlich bei dir für gedankenschild na gut du hast hier die orkische rüstung die senkt allerdings sein charisma um eins was nicht so wichtig ist du brauchst nicht unbedingt super charismatisch zu sein so dann haben wir noch die beiden sachen das bastard schwert und den stab ach ja und die beiden stäbe hier munition werde ich dann mal bei irgendwann die blaue verschleudern genauso wie ich bei ihm dann die anderen pfeile einlegen werde die plus 1 pfeile ja du hast hier plus 2 pfeile gell und du hast noch mehr gute pfeile gut das heißt minsk hat sein schwert das aber nichts zu sagen hat gerade dann wollen wir jetzt hier raus ihr müsst eure gruppe erst sammeln bevor ihr das gebiet verlassen könnt und dann gehen wir mal schnell rüber zu gelben bails haus und kaufen die identifikationsbrille ich meine dann können wir uns wirklich bei Aerie das identifizieren sparen dreimal am tag identifizieren zu können ist mehr als ausreichend ihr müsst eure gruppe erst sammeln bevor ihr das gebiet verlassen so und hier hoch ich warte natürlich und du gibst es was ich erkenne einen anspruchsvollen kunden sofort das was wir brauchen nämlich die hier 2100 gold das ist ausreichend so jetzt haben wir eine identifikationsbrille das können wir dreimal am tag identifizieren stimmt doch so ja dreimal täglich eingesetzt werden bastardschwert plus eins plus drei gegen gestaltwandler das nimmt mal keldorn zu sich ist ja nicht schwer oder acht gewicht na gut das geht im stab der furcht der kann auf jeden fall verkauft werden und das war es erstmal für heute ja die ganzen stäbe sollte ich eigentlich doch verkaufen es gibt ja einen ziemlich guten trick die stäbe im hafenviertel bei der diebesgilde zu verkaufen also bei den schatten dieben und sie dort dann zurück zu klauen ich weiß auch nicht wie hoch ist das schimos taschendiebstahl nur 45 aber das geht illusionen entdecken ist zehn fallen stellen gut wo wollen wir jetzt hin naja wir könnten uns hier noch umsehen bei nacht bringt das allerdings nicht so viel wir waren noch nicht im haus der janssens wir waren in dem bein und in dem haus die sphäre bringt uns auch noch nichts die docks könnten wir uns fertig ansehen das wäre eine möglichkeit oder wir gehen jetzt endlich in die oma hügel mit sperr hügel will ich noch ein bisschen aufschieben auch wenn ich dort auch hin möchte demnächst oma hügel oder hafen ich würde mal fast sagen hafen machen wir erst mal die docks fertig vielleicht kriegen wir da noch quests hier sind auf jeden fall bettler unterwegs hier hast du eine münze ich hätte lieber ein schwert gibt einem mann einen fisch und der hat für einen tag zu essen aber der hätte das kämpfen oder kann sich am markt des bösen erlarmen okay gut minsk werden wir beherzigen jetzt haben wir wenigstens mal zwei plus dreier waffen damit könnten wir auch jetzt eisengolems besser plätten ja da war die die biskete ja und das ist die sache mit dem schwert ich denke mal solange wir gegen schwächere gegner kämpfen kann minsk auch durch das andere schwert benutzen präbecks haus und valigas haus und dann gehen wir beim präbecks haus rein da war ja doch auch ein kampf mit golems und so weiter ja ein fleisch golems und düster schrecken das hier ist wesentlich aufregender als jeder zirkus und wir wurden natürlich gleich alle panisch gemacht ja ich hasse das mit schwatzen von düster schrecken okay jetzt kloppen sich alle untereinander ich habe halt kein magie bannen und alle sind gewiert okay wo war der autosave beim hafenviertel oder davor so menschen wechselt wieder die waffe also wir buffen uns auf jeden fall ein bisschen bevor wir da reingehen wir dürfen ja jetzt legal magie benutzen hier hast du deine münze bitte um eine milde gabe mörder mörder ich gebe dir die münze und du schreist mörder okay märwars gilde cromwels haus nach unten zu den werften ja hier unten habe ich mich halt noch nicht umgeguckt und dieses haus da noch nicht fertig angeguckt auf jeden fall hier waren wir schon drin hier oben das war der tempel von in marta das war die das war die baracken also die baracken von hier also ja die kaserne der stadtwache jetzt richtiges wort gefunden und hier sind halt die wo menschen sich versammeln entsteht immer ein wildes durcheinander wenn ich könnte würde ich sie alle retten manchmal braucht man sie nicht vorher um durcheinander zu retten und ich muss ganz dringend mal noch einen zweiten zauber beibringen einfach einmal kleine wunden heilen ansonsten haben wir alle volle zauber oder ja ja gut okay auch hier ja äh gut dann noch eine stärkung was kann ich tun dann brauchen wir mal hast ja und du sprichst den und wir greifen an ich bin bereit ja hier einen insekten schwamm auf den auf den minst und bo habt ihr einen allzeit bereit natürlich gut sie ist schon mal tot und er ist auch weg wenn es das ist was ihr wollt ihr braucht euch nicht jedes mal nach mir umzusehen wenn mir der kopf schwer wird mir geht es gut yoshimo wenn das so sein sollte bin ich froh ich stehe zu diensten wenn ihr etwas wünscht ich bin mir sicher aber ich werde in diesem fall meine meinung wohl besser für mich behalten ah die erinnerung an die gefallen sind die süßes nicht wahr ich werde dich weiter drängen ähm ja wie ihr wünscht das mag ich an beides geht es weil übrigens das hat irgendwie nachgelassen in der letzten in der letzten zeit diese gespräche ich denke ich bin soweit ich kann auch auf einer nahe spitze und ja dachte ich mir dass da eine falle ist sind da noch mehr erfahrungspunkte für uns überall sind fallen gut krumm säbel und sichtbarer pürscher und unsichtbares entdecken ok alp furchtbaren kriegshammer so gucken wir mal kriegshammer plus eins chasselimm plus eins krumm säbel dieser krumm säbel ist von recht schlechter von recht schlechter qualität aber hinter seinem scheinbar äußeren verbirgt sich eine große macht schasselimm wurde nur zu dem zweck gefertigt hafner zu töten und ist für diese aufbau bestens geeignet wird ein bade von dieser klinge getroffen muss ein rettungswurf gegen zauberer bestehen oder sterben der krumm säbel wurde von den roten magien von tae angefertigt und verfügt außerdem über die fähigkeit wortloses zaubern deswegen wird er oft an kriegsmarkt dienzen der roten magie vergeben es erübrigt sich fast zu sagen dass man sich als träger bei den haften nicht gerade beliebt macht wortlos zaubern wird ein bade mit dem krumm säbel getroffen muss er einen rettungswurf oder sterben jahira weigert sich sicher nicht diesen gegenstand zu tragen etw 12 dadurch ich glaube dadurch ist der etw besser 11 ja also was zu verkaufen äh wie jetzt gerade stimmt soweit oder ja ist auf mittel nein jetzt nicht mehr so du bist zauber 6 du wurdest kopiert du bist zauber 2 du wurdest nicht kopiert du bist auch zauber 6 ok laden wir das nochmal kurz das ist nämlich jetzt gerade ziemlich komisch dass äh schneller als chick ticker schnell pratze außerdem gucken wir noch was die da haben au magie pan nicht nur das ist hier